auf und da sind wir wieder bei der MacRy 4 Mission 15 ab in das gute alte Schloss Yippie Jai wir nehmen mit dann sind kein automatisch mehr und es mehr jetzt so Schloss Fortuna vernichten sie die Verteidiger der Schnee Ebenen es ist nicht mehr da weiß ich schon aber hier gibt es noch was haha kommen immer solche Dinge wenn es hier automatisch gerade ausgemacht hat weil das ist mit automatisch natürlich am besten zu handhaben aber ich denke mit ihnen das ist so zusammen schaffen wir das haha mal schön ein schwertschuchen wir spezeln hier Das irgendwie nicht mehr so wirklich den beeindruckt Ja, drauf schießen brauche ich gar nicht erst, der geht erst recht runter Na komm Gleich haben wir es doch geschafft Gleich haben wir es gleich Gleich, 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 gleich Ja, komm, komm, komm Was noch mehr, was noch? Das Ding muss doch manchmal langsam Ja, manchmal auch Aber mittlerweile so krass die Schmerzen haben Zerfall 3 von 0 Was soll ich denn sich noch Na geht doch Ich freue mich schon noch das letzte Triple S Ach ja, meine Eisfreunde Sollten ja eigentlich kommen Was zum Teufel Was ist das denn? Ja, was Ja, was Ja, ich kann mich noch nicht mal angreifen Ohne dass ich Was ist das denn? Äh Was zur Hölle Ja, 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 ja Ist in Ordnung Ja, ist es Na endlich Das habe ich schon mal erwischt So dass man keine Strom mehr Ha Ich habe keinen Strom abgetreten Nein, 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 du kriegst bitte keinen Strom mehr Nein Ja, ich habe nichts mehr zum Heilen Hör bitte auf Doch, ich habe was zum Heilen Also, ich habe mich schon Narayan Das ist, das ist das schon quasi, das ist ... Das hat es umgebracht, Which is thef Ele�gal, da hat es sich umgebracht Könnte ich wieder die Anfangs-Clowns kommen? Die waren schöner. Oh, wie denn nochmal so ein Vieh kommt hier drin. Am Ende darf ich wahrscheinlich was essen. Ja, was? Nein. Hätte ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. Oh, wo ist jetzt die Quelle? Naja, natürlich komme ich da nicht ran. Doch, komme ich. Und die Quelle ist natürlich der Frosch. Ahm. Kann man hier drauf rumlaufen? Nein, schade. Die Tür wird wohl unten sein. Ach ja. Das ist natürlich die einzige Tür, die nicht zufohlen ist. Welch Zufall. Ich ahne Schlimmes. Und an das Upgrade-Ding beziehungsweise Kauf-Ding kam ja auch nicht ran. Das ist auch schon der Satz. Aber ich meine, ist hier was zum Hai entrinnen. Ach, da vorne. Ach ja, genau. Da können wir mal gucken, was gibt es mit King 13 LB4 und eine dramatische Demonstration ihrer Kraft. Okay. Oh, cool. War ich natürlich nicht schlecht. Das mache ich. Ja. Ne, da brauchst du mir einen großen. Das ist billiger. Ich will nicht. Ja, nur normale. Aha, das bringt's ja voll. Wichtig. 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 Ich packe sofort das Schwert raus und bam, hier einen weg gleich. Dann kommt natürlich gleich ein neuer Haftabend. Wow, die Klo-Sacken bei der Scheiß-Auflage. Ich sehe mich nicht, Haftabend. Gut. Na, Leute. Ich fängt mich doch nicht so ein, hier. Hallo. 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 Ich mach dich jetzt einfach kaputt. Ahaha. Von mir da kommt noch ein neuer. Ich will da nicht runter. Hier ist doch was viel schöneres. Ohi. Eine geheime Sohn. Unzerstörbar. Elemieren sie alle Gegner ohne Schaden zu nehmen. Ja. Sonst noch? Schaden sie nie. Ah, genau. Wahrscheinlich gleich schon mal leer. Ah, mach ich denn jetzt mit meinen Lust. ich finde es ja ganz toll dass der Weg so extrem vorgegeben ist gerade wir haben das schon sage ich jetzt einfach mal ich habe mich gerade gefragt ob ich hier richtig bin aber vorhanden das kann ich ja gar nicht lang außerdem kommen hier gegen das ist immer ein zeichen für richtig so ein großer was machen der hier drinnen ja bitte roll hier drinnen und so ein klopter ich bin nicht den angst das ist aber cool dass er nicht mehr aufsteht das finde ich nirgendwo und schön dass hier inzwischen nur noch clown sind das ist doch mal ein angenehmer und ich weiß ich habe mal am Anfang der Mäckermacht diese Fähigkeit hat so überhaupt gar nichts gebracht hier ich springe wow Angriff das einzige wogegen das gut ist sind vielleicht diese Hexer wechseln oder was zum Teufel schön dass der andere nichts macht also eigentlich sind die voll lame weil wenn die jetzt einmal am Boden ist das ist nur noch zorn ach schaff ja was schaff wow wow WTF bin ich ja richtig ach ja genau hinten um mir war ja diese tolle Eiswand ja klar da ist ein aber da kommen wir ja gar nicht weiter hin 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 hey Lebenskraftstern S kostet wieder 5000 oder war das schon die ganze Zeit so ne das hat mal 8000 kostet Alter die Preise sind schon ein bisschen angestiegen müssen doch spackern ach ne der Folterer ach ne meine alte Freunde gunda ich bin Starbender ne ich wollte doch was springen ne das wollte ich wechseln das ist doch doof die Waffen sind scheiße also kein Kampfwaffen und auch nur in diesem Spiel aber ich habe das doofe Gefühl jetzt wo die kommen kommt dann auch gleich so ein schön großes Fluch damit ich doch ja was zu tun habe hier oder auch nicht ich komme einfach noch mehr von denen auch nicht ne